Hallo Leute, this is the Broken Sun TV. Wir machen dann gleich ein Mario Kart. Mein längstes Mario Kart. 500 Meter. Obe, fuhr. Ja, gleich geht's los. Schwulen, das war uns am Mund. Aua. Jetzt geht's dann gell los. Mein längstes und schönstes Mario Kart. Ein, drei, zwei, eins, null. Jetzt geht's los. Ich muss immer bremsen. Ja, man muss Gas. Jetzt mehr wir 500 Meter. Nöge einen Kilometer. Aber jetzt muss man aber auch. Da ist jetzt noch mal, da gebe ich 200 Kilometer. Ja. Ja, da geht's noch nicht. Wir machen auch da. Ja. Oh, da, 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 da. So, schon geht das Haus weg, gell? Ich hab' einmal in mein Dienseiten gestört. Ich fahr' immer ganz nahi. In diese Sachen war ich immer neben. Ich muss mich verohlen. Entschuldigen. In diese Sachen. In diese Sachen. In diese Autos fahren da sehr schön. In den Augen runter. Ähm. Wir sind wieder einmal nach 500 Meter gefahren, hören Sie? Und jetzt? 100 Meter vielleicht. Ähm. Ich fahr' da aber hier jetzt sehr lang zu Hause. Aber der Kurve ist immer so gefährlich. Dass man... einen Unfall macht. Ja. Ja. Oder ganz unteren muss ich ganz aufhören. Darf ich überhaupt noch mehr umilenken? Das mache ich immer noch so. Die Autos fahren das auch schon aufhören. Ob man jetzt sehen, wahrscheinlich nicht, gell? Ja. Vorne sind... Ich fahr' mal 700 Meter. Auch noch, ne? Auch noch nicht. Hoppala. Geil das Video. Ähm. Ähm. Ich fahr' momentan, glaube ich, zufäll' da. Es ist noch 20, gell? Ja. Nicht da nicht zu schnell voll. Der Pick schmerft da. Ein Blödsinn. Ein Blödsinn. Und man sich komplett auf... Und man sich komplett aufschlassen. Und dann... Wir haben ein paar Kilometer gefahren. Das steht hier. Da schau' ich fahr' mal einen Kilometer Meter an Landbord. Und... Ein Donau aufhört. Ohne Brandsmörder. Jaaaaaah! Wie hoch fällt da, Minze! Wie hoch fällt da, Minze! Wie hoch fällt da, Minze! Und... Ja. Ich bin relativ schnell gefahren, Hans. Den Setzen, dass ich jetzt nur so langsam bin. Und das... Ähm... Autoschliessen. Ja. Ähm... Ja. Da haben wir langweil drüber, wohl. Und das Auto drüber hat's geschlaß. Das langweil. Ja. Ähm... Es waren so ein Kilometer lange. Ähm... Mario Kart. Ja. Einen Kilometer. Einen Kilometer. Einen Kilometer langer Mario Kart. Und noch dazu. 20 Kilometer plus. 20 Kilometer plus. So. Ich muss ganz kurz einen Cut machen. Bis gleich. Ciao! Hallo! Hallo, da bin ich wieder. Ähm... Das, was ich gerade gemacht habe... Die ist... Leif zu fahren. Ja. Also... Der Mario Kart ist nicht lang. War schon lang. Ich bin... Aber meinst... Mit dem Auto... Mit dem langweil bin ich insgesamt in... 1... 2 Minuten durchgefahren. Oder 3. Haben Sie schon? Ja. Ich glaube in 3. Nur bin ich gefahren. Jetzt schau. Wie schnell das ich gefahren bin. Ich bin... Mario Kart... 1... 1... 6... 2 Minuten... Und... 20 Sekunden gefahren. Und dann restlich Mario Kart. Ich bin hier mit insgesamt 2... Mit 20 kmh gefahren. Mit 20 kmh. Mit 20 kmh. Leute... Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? 20 kmh. Ohne Helm. Auf so ein niedliches Longboard hinunter zu fahren. 20 kmh. Mit so einem Longboard. 20 kmh. Ist nicht breit. Ist nicht... Ist nicht breit. Ja ähm... Das war's heute mit der Folge. Macht's gut. Tschau. 1... 2... 3...